Heyo, Ladies und verehrte Gentlemen, natürlich auch. Willkommen zurück zu Kingdom Hearts. So, wo müssen wir denn hin? Ah ja, genau. Hast du mal ein Problem, musst du in die Wüste gehen? Ähm, oh, das hat sich gereimt, Mann. Das ist mein neuer, mein neuer Spruch, mein neues Lebensmotto, ja. Dann würde ich mal sagen, äh, ja, scheiß auf die Gegner, oder? Gehen wir mal in die Wüste. Den, 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 den. Was ist überhaupt in der beste Folge passiert? Ah, genau, und die Prinzessin wurde entführt und wir haben die Lampe verloren. Schade, das kann man nicht mehr rubbeln. Irgendwie dramatisch. Hm. Naja. So, äh, was jetzt? Ah, okay, Kostüm. Was passiert? Aha, da Fug, ein Löwe. Wieder, Schwede. Was geht denn? Und den müssen wir jetzt besiegen, oder was? Der Ziegelrachen im Eingang der Wunder wird von dir her schlossen, kannst du dir jetzt erschlagen, den macht der Dunkelheit. Ich schätze mal, das sind die Augen, oder? Die so komisch glühen. Äh, können wir da irgendwie hochspringen, oder so? Äh, vielleicht hier? Ah, das schaut doch schon recht vertraut... Äh, was? Ja, ui, da, jetzt verarsch mich. Äh, äh, oida. Ich kenn dich. Oh, jetzt, hör auf, dich zu bewegen. Jetzt kann ich drauf, jetzt kann ich drauf. Nice, nice, nice. So, kann ich jetzt hier was organisieren? Äh. Kann ich dann mal hier so schlagen, und so? Nicht? Ähm. Ah, jetzt. Hä? Ah, jetzt. Äh, oida, Mann, wie es hier abgeht. Komm her. Äh, ah, okay, es verliert ihr noch Leben. Ich dachte gerade schon, oida. Was sollen wir bitte machen? Ich würde sagen, einfach aufs Auge konzentrieren, scheiß auf die Gegner. Auch wenn ich schon fast tot bin. Oh, danke. Oida, Mann, ist das nervig. Oh, wir kriegen aber gleich Tech. Äh, wenn wir... Die, die komische Strahle da kaputt machen, die da rauskommen. Wenn ich das schaffe. Oh, shit, das ist mir runtergefallen. Heilen wir uns mal kurz. Dann können wir auch hier kurz ein paar Gegner kaputt machen. Donald ist schon tot. Verarsch mich. Eigentlich könnte ich ihm... Weißt du was, wir heilen jetzt mal hier. Donald. Damit er wenigstens ein bisschen was noch macht. Denn... Oh, mein Gott. Das Wicht ist ja voll heftig. Jetzt komm her, ich will wieder da hinten drauf. Lass mich doch dann da drauf. Danke. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich kann mich noch erinnern, das war einer der Netflixen Bosse. Nein, oder? Ich war gerade in dem drinnen. Verarsch mich. Komm her. Oh, der hau dann natürlich daneben. Skill ohne Ende. Ach, komm doch her. So, kurz heilen. Oida, Mannes. Viech. Ich bin schon wieder in dem drin. Aber sein linkes rechtes Auge ist im Arsch, oder? Ja, sein rechtes Auge ist wieder normal. Das heißt, wir müssen noch das linke jetzt kaputt machen. Weißt du was, wir benutzen mal so ein Mega-Ather. Damit's hier Donald und Goofy wieder Mana haben. Weil ich so sozial bin. Ach, jetzt komm, geh doch dann da drauf. Das gibt's doch nicht. Jetzt, jetzt. Oh, ja, ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Haben wir noch ein Auge. Gut, dass wir hier oben waren. Habt ihr gerade den fetten Feuerstrahl unten gesehen? Oh nein, Fliegeteil, Fliegeteil, Fliegeteil. Komm her. Nice, 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 nice. Oh ja, 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 ja. Das wird was. Das seh ich schon. Ja, nice. Oh, komm. Oida. Oida, jetzt kenn dich. Komm her. Nein, nicht runterfallen. Ja, nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Okay, das wird was. Jetzt bin ich wieder drinnen, oder? Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Ah, danke. So, mal kurz nicht mehr anvisieren. Danke, mein Freund. So, hier wieder schön anvisieren. Zack. Nein, 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 nein. Jetzt kommt doch her, Mann. Ja, 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 wir haben ihn, wir haben ihn. Oh, nice. Haben wir gerade richtig viel Schaden gemacht. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Oh, das ist ja nervig. Ah, was, 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 was so. Jetzt musst du dich jetzt hier. Okay, wir sehen mal nicht hier an. Ich brauche erst mal die Flieche hier kaputt. Wieder Donal kurz heilen. Darf ich mal hier so vorbei und so? Na, danke. Hallo. Aber hier hinten sind wir, das ist eine richtig geile Taktik, sehe ich gerade. Aber ich schätze mal, das ist nicht so gewollt, dass wir hier hinten drauf gehen. Dann können wir uns nicht mit den ganzen Strahlen noch nicht erwischen. Oh, da ist nämlich ein Fettsack. Bin ich froh, dass ich hier oben bin. Jetzt komm her. Oh, da, 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 da. So, genau. Hier sind wir hier, wenn wir hier hingehen und dann draufschlagen. Und dann ist er tot. Nice. Konter gelernt. Maximum MP. Nice. Puh. Das war ja gar nicht mal so schlimm. Außer, dass Donald die ganze Zeit drauf geht. Was haben wir hier? Nichts okay. Ich dachte schon, das ist irgendwie eine Truhe oder so. Jetzt können wir da rein, oder was? Ich glaube, hier hinten vielleicht irgendwas. Oh, der Fug. Ist das ein Bug, oder? Gut, dann gehen wir mal hier rein, würde ich sagen. In den Rachen des Löwen. Höhleneingang. Not bad. Ein weißes Trio können wir noch immer nicht machen. Oh, das schaut cool aus hier. Oh, hier, weg, Onan. Zack. Komm her. Oh, nein, 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 nein. Die sind so scheiße, die Viecher. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die hasse. Aber ich hatte eigentlich mal meinen, meinen neuen Skill hier leveln können. Oh, da die Nice-Weg-Go. Geil, Donald. Äh, wo ist noch eine? Ah, da ist noch eine. Okay. High Potion. Buy Potion. Hahaha. Flachwitz. Äh, nein, da wollte ich hin. Da. Konter. Startet Kontergriff. Ah, Kontergriff. Je höher die Treffercode, desto schneller die MP-Heilung. Startet Kontergriff. Hä? Startet Konterangriff. Okay, hört sich jedenfalls schon mal gut an. Was können wir dann dafür ablegen? haben wir Ausrüstung oder so? Maximum HP, äh, Maximum AP, weiß ich nicht. Eigentlich AP wäre schon besser. Fleißring. Ähm, haben wir noch irgendwas, was AP gibt? Ja, den Fleißring. Äh, jetzt. Konter. Genau. Hört sich gut an. Der hat nix Neues dazu. Aber wir können das bei Serka machen. Nice. Und Goofy hat auch nix Neues dazu bekommen. Aber glückspilch. Selten Einzelfall ist einem in die Hände. Durch Ausrüstung, Gehalt, Mitglieder, steigt die Effektivität. Oh, das hört sich nice an. Das hört sich richtig geil an. Ähm. Dafür müssen wir aber eins weg tun. Verfolgt euch jetzt. Hm. Dann machen wir halt das hier weg. Dann machen wir dafür das da. Alter. Habt ihr halt die Kugel gesehen? Er leckt mich fährt. Hier können wir es hochheben. Was auch immer uns das bringt. Nix wahrscheinlich. Okay, dann würde ich mal sagen, wir warten hier, bis der Ball vorbeikommt, oder? Genau, und dann... Waschen wir... Au. So. Rushen wir hier weiter. Nein. Oh. Und am besten nicht runterfallen, glaube ich. Au. Au. Alter. Wie heftig die sind. Ja, oida. Jetzt kenn dich. Und dann kommt da wahrscheinlich wieder die gleich scheiß Kugel da daher. Wusste ich doch. Aber wenigstens hilft die uns auch teilweise. Ne, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das finde ich immer scheiße. Kämpfen an so... Oida. Oh, das war ein Konterangriff, glaube ich, gerade. Nice. Nein, nein, nein. Hier kommen wir... Oh, oh, da ist der Fettsack. Der ist gerade gestunt oder so. Nein. Zack, der war nice. Und jetzt haben wir keine grünen Viecher, die heilen. Komm Kugel jetzt. Kugel, renn. Komm Kugel. Kugel. Ich seh nix. Kugel. Ja, Kugel. Oh, jetzt ist er weg. Ich wäre jetzt nice gewesen, was passiert, wenn da die Kugel kommt. Das kommt noch her. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt wirst du noch mal sterben. Danke schön. So. Öffnen. Das haben wir ja mega, älter. Nice. Also ich weiß nicht, ob Glückspilz jetzt so viel bringt oder... ...nicht. Können wir hier vielleicht hochgehen? Nein, können wir nicht. Okay. Gehen wir hier schnell wieder weg, bevor die Kugel kommt. Hier sind Treppen. Irgendwo. Habe ich gerade gesehen. Hier, oder? Genau, wo geht's hier hin? Ort der irgendwas. Aha. Oh. Eine Küste. Okay. Geht auch dann da hoch. Können wir da rüberspringen? Nein. Okay. Aber hier können wir hin. Öffnen wir die mal. Gut, dass wir ja runtergeschaut haben. Blitzrahr-Ring. Der Fug. Äh, Blitzrahr. Alle Blitzschäden. Äh. Okay, ja, gut. Einfach nur Blitzabwehr mehr. Vielleicht sollten wir uns die sogar aufhalten. Falls wir mal einen Boss bekämpfen, den wir nicht besiegen können. Und dann schauen wir, was für Skills der benutzt. Und dann können wir die Ringe halt ausrüsten. Das wäre halt richtig nice. Ist ein bisschen taktisch, das Ganze dann angehen. Äh, Kugel. Oh, Kugel. Kugel. Oh, da oben ist auch eine Kiste, sehe ich gerade. Wie will man da hinkommen, bitte? Ja, Kugel. Oh, jetzt. Man könnte rein theoretisch... ...die Töpfe aufeinander stapeln, oder? Und dann da hoch springen. Oder warte mal. Hm. Ich will jetzt schon irgendwie an die Kiste kommen, vielleicht. Okay, das war zu weit geschmissen. Nein, 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 nein. Oh, gut. Nicht kaputt. Okay, so kommen wir nicht hoch. Bitte. Äh, haben wir es jetzt verkackt. Oh, nein, Kugel, bitte jetzt nicht. Nicht Kugel, nicht jetzt. Okay, danke. Komm schon. Und er muss natürlich im Weg stehen. Ich dachte, dass wir hier vielleicht die Hehl hinstellen und dann darüber springen können. Ich kann es auch so mal probieren. Okay, so kommen wir da nicht hin. Ja gut, gehen wir mal weiter, bevor wir uns hier zu lange aufhalten. Halle der Späher, glaube ich, war es. Oh Gott, nicht noch mehr Jumpen und Zeugs und was weiß ich alles. Nein, und noch ein Fettsack. Verarsch mich. Wenigstens können wir die schon wegownen. Hier können wir, glaube ich, auch nicht so leicht runterfallen. Komm ja. Komm noch her. Das war, glaube ich, ein Konterangriff. Wenn die Gegner blocken, dann können wir nochmal angreifen. Glaube ich. Hoffe ich mal, dass das so ist. Das wäre nämlich richtig nice. Komm ja. Komm doch dann her. Oh, da musste er sich immer in meine Richtung drehen. Komm doch dann her. Zack, danke schön. Und jetzt macht er noch ein Heal. Äh, ein Aero. Oh Gott, wo geht's denn da hin, bitte? Oh Gott. Geht's da irgendwo hin? Okay, hier können wir auch lang. Geh wir doch mal hier lang. Oh nein. Nein, 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 nicht runter. Nein, 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 hier kommt gleich eine Kugelwette. Donner Splitter, weg, 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 weg. Oh, da ist noch, da ist noch so eine Rille für Kugeln. Beide, schwere. Oh, ist auch nicht Stoß. Nein, das ist noch ein grünes Teil. Grünes Teil, grünes Teil, grünes Teil. Grünes Teil. Ach, da ist das grüne Teil kaputt. komm doch dann hermann das ist nervig das ist nervig das ist echt nervig ganz ehrlich die hat uns herauslassen können die fetten typen da wie er sich immer in meine richtung dreht also schwede jetzt gehe ich hinter ihnen es dreht sich wieder in meine richtung okay wenigstens jetzt tot unmöglich man so was haben wir denn hier oben nichts okay das schaut irgendwie komisch aus um da muss ein chest kommen wir nicht hin vielleicht haben wir da irgendwie es kommen dann auch die da wissen wir das ist jetzt echt toll als ob die mir irgendwas antun könnten aber wir kriegen zwei xp für dir oh da habt ihr gar nicht gesehen das war der kontakt angriff glaube ich wenn geblockt wird können wir gleich nochmal angreifen das ist nützlich oh hier 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 könnten wir hoch rein theoretisch wenn wir irgendwie da ist ein barrel da ist ein barrel ja fail so jetzt passt mal auf vielleicht zuerst hier rüberschmeißen schmeiß das erstmal hier rüber so und dann hier hin und dann können wir hier drauf springen und hier die chest öffnen nice hoffentlich irgendwas mehr gutes ein mithril erz okay brauchen wir bestimmt irgendwann dann wenn wir vielleicht noch hier lang gehen und das hier hochschmeißen und dann nochmal da hochschmeißen stelle ich nicht so an so jetzt pass auf oida schwede werfen kein neues okay und da ich will es nicht zu weit werfen machen wir hier so weiß nicht reicht das ich glaube nicht wie gesagt ich will es nicht zu weit werfen sonst sind wir echt gehascht ähm so ups das war fail aber wir können es auch so ablassen ist natürlich noch besser einfach so machen perfekt dann hier rüber ei das geht doch oder das geht doch 100 pro das war die ganze Arbeit jetzt hier umsonst das sehe ich nicht ein hm das ist auch fliegen können also für viele sachen hier merke ich gerade dass man echt fliegen muss oder den skill fliegen ach komm einmal probiere ich es noch wenn dann nicht dann gehe ich weiter komm zack da 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 einmal springen probiere ich noch aber wie gesagt ich will ja hier alles authentisch let's playen und wenn ich wohin komme dann will ich das auch schaffen so warum hast du warum schaust du von oben drauf na ok das ist nicht schaffbar glaube ich ähm ich wundere es nur gerade ob man hier noch irgendwo anders hingegangen da hinten vor allem noch bei der treppe da hm schauen wir erstmal hier den auf den 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 normalen gang weiter raum der irgendwas tiefe glaube ich oh god sprüht das ja das sprüht und der hinteren sprüht auch was da hatten wir glück hier kommen wir rüber oder ja nice und oh man das okay ich dachte schon es liegt da da und dann könnte ich ihn nicht angreifen oh da hinten ist ne ah nein geil einfach nur geil wo sind wir jetzt aha halt da war irgendwas triotech ok und wir bekommen eine chest nice das ist cool gut dass wir runter gefallen sind ich sag nie wieder was in den fahrzeug ja obwohl eigentlich schon blitzgummi was auch immer uns das bringt alle der speier waren wir hätte gerne mal wieder einen checkpointen oder so also der ah trollalala das ist goofy stehen einfach im weg rum lässt mich nicht vorbei like a troll man So, jetzt schauen wir, dass wir... Warte, können wir auf das Teil drauf springen vielleicht? Ja, das ist natürlich auch überzeugend. Warte, so könnten wir auf der anderen Seite dann dahin, oder? Wenn wir da auf den Speyer einfach drauf springen. Eula, Schwede. Danke, danke, danke. Nein, 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 nicht runter. Nein, nein, nein. Eula, ich hasse das auf so geschlossenen Flächen kämpfen, wo man nicht gar nicht irgendwie zu weit bewegen darf. Ist da noch ein Viech irgendwo? Da ist er noch welche. Nein, nein, nein. Okay. Oh, komm, der eine Herzlose ist, der muss das noch sein, oder? Okay, ich weiß, was hier in der Just drin ist. Eine Hütte, nice. Könnten wir gleich mal benutzen. Weiß jetzt aber nicht, ob das nützlich ist. Da kommen wir 100 pro nicht drüber. Das probiere ich erst gar nicht. Äh, wenn wir uns hier auf die Wasserspeicher draufstellen. Könnten wir es vielleicht schaffen. So, warte, das passt auf. Erstmal vielleicht die Viecher kaputt machen. Nein, nein, nein. So, und so, und dann da. Perfekt. Warum nicht gleich so? Wenn die Scheiß... Komm her. Bist du Stress, kriegst du Stress. Bis alle fertig gemacht werden für den Wasserspeiern. So, es ist es. Komm her. Komm her. Komm her. Oida. Komm her. Danke schön. So. Hier schön nach oben. Dann hier. Und dann hier. Und dann machen wir die Chas noch auf. So. Huh. Warum komme ich jetzt hier, wenn es so einfach geht? Ein Elixier. Nice. Aber wisst ihr was? Ich würde mal sagen, wir machen hier eine kleine Pause dann. Dann sehen wir uns nächstes Mal hier in der Höhle. Schauen, wie es weitergeht. Hoffentlich hat es gefallen. Und... Hasta la vista, ne? Auto. Schönes Wochenende noch. Bis zum nächsten Mal.